Stefan und Maria haben geheiratet, können sich aber keine Flitterwochen leisten, also verbringen sie die Hochzeitsnacht im Haus von Stefans Eltern. Am Morgen steht Stefans kleiner Bruder Jan auf und frühstückt. Als er gerade zur Schule losgehen will, fragt er seine Mutter, ob Stefan und Maria schon aufgestanden sind. Nein, antwortet sie. Jan fragt, weißt du, was ich glaube? Die Mama sagt, ich will nicht hören, was du glaubst. Geh einfach zur Schule. Jan kommt zum Mittag nach Hause und fragt die Mutter, sind die beiden schon aufgestanden? Sie antwortet, nein. Jan sagt, weißt du, was ich glaube? Die Mutter sagt, es ist mir egal, was du glaubst. Isst dein Mittag und geh wieder zur Schule. Nach der Schule kommt Jan wieder nach Hause und fragt abermals, sind Stefan und Maria schon aufgestanden? Nein, antwortet seine Mama. Weißt du, was ich glaube? Seine Mutter sagt, na raus damit, was glaubst du denn? Jan sagt, gestern Abend kam Stefan zu mir rüber, um die Vaseline zu holen, die ich für meine raue Haut benutze. Naja, ich glaube, ich habe ihm aus Versehen meinen Modellbaukleber gegeben. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.